Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier im LUNA-Projekt. Ja, wie man uns schwer erkennen kann, kaum hat man einen Mod pausiert, können wir die Sonnenloomen, die wir sonst wahrscheinlich gehäckselt hätten, jetzt dann noch auch mal ernten. Wie gesagt, natürlich hätte eine Häckselmission deutlich mehr Geld gebracht, aber wie gesagt, ich will euch jetzt ja nicht nur noch mit Häckseln hier zu brüllen. Aus dem Grunde, ja, wie in der letzten Folge erwähnt, wird für die kommende In-Game-Saison, wir sind ja nun schon im November, die kommende In-Game-Saison der Häcksler-Mod deaktiviert bleiben. Wenn wir da mal wieder Bock drauf haben, dann können wir ihn ja wieder zuschalten, weil dann wollen wir natürlich auch nicht nur dreschen. So, was haben wir sonst noch? Der Fendt ist am Flügen weiterhin auf der 22, 53%. Ja, ich habe da einfach mal relativ früh nach der letzten Folge bereits vorgespult. So, und ich habe nicht nur die Drescher-Mission, die Sonnenblumen-Ernte angenommen, sondern auch einmal via Leihfahrzeuge. Mal ganz was Besonderes, Exotisches. Den meine ich nicht. Einmal Baumwolle. Gut, ich habe darauf geachtet, ich hatte es ja schon mal gemacht auf dieser Map, da sollte das zum Bauernmarkt, da wurde es nicht angenommen. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich die Ballen dann bei der Spinnerei verkaufen konnte. Und ja, diese Mission geht zur Spinnerei und jetzt hoffe ich natürlich, dass das Ganze hier dann jetzt funktioniert. Ja, wir gucken mal, wie das Ganze läuft. Natürlich haben wir auch hier einen Abfahrgespann dabei. Ich glaube, der kann zwei Ballen laden. Aber er muss ja erst mal was fertig kriegen hier. Und auch hier sagt der ganze Kollege knappe zwei Stunden, bis er das Feld fertig hat. Jo, lassen wir ihn mal machen. Wir konzentrieren uns bei den Sonnenblumen. Ach, hier sind ausnahmsweise mal gerade keine Bäume. Ja, oder deswegen funktioniert das. Komm, dann ist er jetzt schon zum Scheitern verurteilt. Ja. Hier ist es komisch, wenn kein Helfer aktiv ist, denn... Ne, Quatsch, das lag ich dran, weil ich ausgestiegen bin. Aber egal. Wir tanken mal eben einmal schnell ab. Also, hier ist eureAST hier. Okay. Ich muss der Hammer. Untertitelung des ZDF, 2020 So, nächster Wegpunkt, weiter geht das. Lass das Rohr drin, du Hampel. So, gehen zurück aufs Feld. Wieder aktiviert und ab dafür. So, Feld. Ernsthaft? Ach so, Sonnenblumen nochmal auf der 20 ernten. Ähm... Prost hierfür zwei Stunden. Das wären 10 Realtime. Das wäre 20 Uhr und dann noch das Feld. Der 20 ist recht klein bei dem Preis, oder? Ja, jetzt können wir natürlich darüber schmunzeln, dass wir nur einen Sonnenblumen-Schneidwerk haben. Oder wir schicken den anderen Drescher da mit dem Maisgebiss hin. Hat den... Hat zwei Nachteile. A, es sind nur 9 Meter und B, er fährt langsamer. Aber es ist auch nur das kleine Feld. Genau so werden wir tun. Also, Vertrag akzeptieren. Wo ist mein zweiter Drescher? Da. Darfst du den Anhänger einmal abkuppeln. Dann gibst du dir das einmal an. Dann begibst du dich zu Feld 20. Da bist du im Leben nicht heil ankommen, aber das ist ja eine andere Geschichte. So, wo soll das auf 20 hin? Zum Getreideelevator. Das heißt, du... ...tankst auf Feld 20 ab. Und bringst das Ganze zum... ...die 3D-Elevator. Die Kurve hat schon mal funktioniert. Wir bleiben mal vorsorglich hier drin. Wir fahren selbst. Nicht überhaupt richtig. Ja. Da gibt man sich die Fragen, wenn man früh genug stellt, ne? Ich glaube, der andere Drescher hat schon wieder einen Baum gefunden. Auch mit einem Neidwerk oder mit einem Rohr, weiß ich nicht. Und dann geht es endlich. Ja, ich den LKW mal gleich vorfahren lassen. Hätte ich gleich gucken können, wo wir lang müssen. Ja, nach der Blockade gucken wir gleich, wenn wir den hier in Gang gebracht haben. Flogen ist hier nochmal 70%, kann also auch nicht mehr so lange dauern. So, dann gucken wir doch mal auf der 20. Dann würde ich sagen, erster Wegpunkt, ab dafür. Ist das Rohr doch drin? Ja, gut, aufgrund der Nähe des LKWs, alles in Ordnung. So, wo ist die Blockade? Zeig mir die Blockade. Das ist ja eine Überraschung. Das ist ja eine Überraschung. Das ist ja eine Überraschung. Ja nun, was soll ich machen, wenn er ihn hier mitten im Feld abstellt? Na guck mal, ein Baumwolleballen. Die Kleinen sind das ja denn. Fast der Anhänger um mehr als zwei. Dann gehen da drei oder vier drauf. Dann gehen da drei Minuten ein. So, dann bitte ohne weitere Spirenzien, obwohl das Vorgewende ist noch nicht fertig. Die hatten wir eingestellt, ja. So. 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 weil wir nicht von der Sonne geblendet werden. Also beim Rennen ist er hier völlig am Rumspinnen. So, es war mir aber fast klar, dass ich ihn nicht aktiviert habe, weil er nicht auf dem Feld steht. Dann macht das auch gar keinen Sinn. Siehste! Ob er wo stehen bleibt? Nee, das wird so nix. Ach, er hat das Rohr wieder nur ausgefahren. Weil der LKW im Weg zu nah war. Er ist so gar nicht voll. Ja, ich habe es geblickert. Große Nachfrage bei Scheune hier. Für unsere Art des Spielens uninteressant. Wie weit bist du denn hier mit deinem zweiten Ball? Nein, das dauert noch mal. Bist du schon auf dem dritten Vorgewende? Das erste scheint mir ein bisschen breit zu sein. Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich im November angekommen bin und die neuen Aufträge gesehen habe und sah da zweimal ernten. Ich dachte, pass auf, beim letzten Mal Kartoffeln durften wir. Sind es jetzt wahrscheinlich Zuckerrüben? Aber nee, es waren tatsächlich richtige Getreide-Ernte-Missionen dabei. 77% sagt er. Ja, dann muss er oben noch einmal auf 100% kommen und dann sollte unten der Ballen wieder voll sein. Ich darf es mal weggehen. Ja, der Fan mit der Flugmission möchte diese Folge nicht mehr fertig werden. Nicht dramatisch. Ja, 1,2 Millionen auf dem Konto. In den Produktionen. Das läuft. Oh, hier ist auch noch da. Wenn auch nicht mehr viel. Ja, Stroh könnte man mal wieder nachfüllen. Ja, das soll doch soweit alles passen. Gibt es noch irgendwelche Folgeaufträge? Bislang nicht. Gut, dann würde ich sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich für mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.